Ja, jetzt willkommen zum Lime-Media-Update für Dienstag, den 20. September 2022. Heute mit einem möglicherweise zeitkritischen Update zum Thema Blackout, dem landesweiten Stromausfall, den viele Beobachter des Weltgeschehens, insbesondere seit dem Event Cyber Polygon des Weltwirtschaftsforums im Jahr 2021 am Horizont aufziehen sehen. Der Gründer des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, hat selbst mehrfach eindringlich vor den Gefahren eines größeren Blackouts gewarnt, dessen Folgen laut ihm die Auswirkungen der Pandemie weit in den Schatten stellen würden. To the frightening scenario of a comprehensive cyberattack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole, the COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyberattack. Dabei hat sich das Weltwirtschaftsforum hauptsächlich mit möglichen unberechenbaren Schock-Events wie Cyberangriffen, Terroranschlägen oder Sonnenstürmen, die das Stromnetz lahmlegen können, beschäftigt. Doch in Deutschland dominiert derzeit ein anderes, möglicherweise auch plausibleres Blackout-Szenario den Mainstream. Dazu werfen wir einen Blick auf die sogenannte Netzfrequenz, welche die Geschwindigkeit angibt, mit der Wechselstrom durch das deutsche Stromnetz fließt. Die Netzfrequenz wird in Hertz gemessen und beträgt in ganz Europa 50 Hertz, was bedeutet, dass der Strom 50 Mal pro Sekunde seine Richtung ändert. Auf dieser Messanzeige sehen wir die aktuelle Netzfrequenz und wie wir erkennen können, liegt diese momentan im gekennzeichneten grünen Bereich von 49,8 bis 50,2 Hertz. Dies sind kleinere Abweichungen der Netzfrequenz, die durch den Einsatz positiver und negativer Regelenergie ausgeglichen werden können. Nun wird allerdings befürchtet, dass es im Herbst und Winter zu einer deutlichen Überlastung des Stromnetzes kommen könnte, da das immer knappere Erdgas für fast 13% der deutschen Stromerzeugung benötigt wird. Sollte es zu einem vollständigen Gaslieferstopp kommen, könnte dies also auch das deutsche Stromnetz gefährden, insbesondere wenn sich die Ampelkoalition und allen voran der grüne Energieminister Habeck weigern, den Atomausstieg noch etwas aufzuschieben und die möglicherweise drohende Unterfrequenz durch die Atomkraftwerke auszugleichen. Aber gut, das gehört wahrscheinlich alles mit zum Planen. Wird von den Endverbrauchern mehr Strom verbraucht, als die Kraftwerke einspeisen können, fällt die Netzfrequenz. Bereits ab 49,8 Hertz werden die Leistungsreserven der Kraftwerke aktiviert. Fällt die Frequenz dennoch weiter, wird ab 49 Hertz nach und nach Last abgeworfen. Das bedeutet, bestimmte Bereiche werden vom Stromnetz getrennt, damit weniger verbraucht wird. Vermutlich wird man dabei mit der Industrie beginnen, also die Wirtschaft zusammenbrechen lassen und dann gesamte Städte vom Netz trennen, was für diese dann bereits ein vollständiger Blackout wäre. Fällt die Netzfrequenz trotz des Lastabwurfs weiter, müssen bei 47,5 Hertz alle Kraftwerke vom Netz getrennt werden, womit in Deutschland alle Lichter ausgehen würden und wir uns in einem flächendeckenden Blackout befinden würden. Anschließend werden nach und nach alle Kraftwerke wieder verbunden und das Netz neu aufgebaut. Dies ist das mehr oder weniger plausible Blackout-Szenario, vor dem die Mainstream-Medien derzeit so energisch warnen, wobei man sich fragen muss, ob nicht im Hintergrund ein ganz anderes Blackout-Szenario anvisiert wird. Der Tagesspiegel schreibt, drohender Blackout im Winter, wenn in Deutschland das Licht ausgeht. Können die Kraftwerke in diesem Winter ausreichend Strom erzeugen, droht Deutschland ein Blackout und kann man sich darauf vorbereiten? Und beim Business Insider, Angst vor Blackout, wie wahrscheinlich das Szenario ist und was ihr bei einem Stromausfall beachten müsst. Und bei der Taz heißt es, Energieversorgung in Deutschland, droht uns im Winter ein Blackout, die Berliner Zeitung schreibt, Bundesinstitut für Katastrophenhilfe, Vorbereitung auf den großen Blackout. So geht's. Angesichts der Energiekrise scheint ein bundesweiter Stromausfall immer wahrscheinlicher. Das Bundesinstitut für Katastrophenhilfe rät zur Vorsorge. RTL News, die Saarbrücker Zeitung und die Bild der Frau klären ihre Leser derweil schon auf, welche essentiellen Vorräte sie bei einem Blackout im Haus haben sollten. Doch die Medien sind eigentlich kein allzu guter Indikator für bevorstehende Ereignisse. Sie reagieren oftmals wie ein Fähnchen im Wind mit überdramatisierten Schlagzeilen auf aufkeimende Ängste der Bevölkerung. Doch wie sieht es eine Ebene darüber bei der Politik aus? Nun, auf der offiziellen Seite des Bundestages findet sich dieser Artikel hier. AfD will Bürger vor Blackout schützen. Die AfD-Fraktion fordert von der Bundesregierung einen monatlichen Lagebericht zur Gefahr flächendeckender Stromausfälle. Es gehe darum, der grundgesetzlich verankerten Schutzpflicht für Leib und Leben der Bürger nachzukommen, schreiben die Abgeordneten in einem Antrag. Soweit ich das sehe, ist die AfD die einzige Partei, die sich derzeit für den Schutz der Bürger vor den Folgen des Blackouts einsetzt. Das kann man ja mal im Hinterkopf behalten. Ansonsten wütet noch der bayerische Ministerpräsident Söder aus der Opposition heraus gegen Habeck und die Ampel, die laut ihm bewusst einen Blackout riskieren würden. Doch auch das könnte politisches Kalkül sein. Immerhin nutzt Söder alles, was er in die Finger bekommen kann gegen die Ampel, um der CDU-CSU den Weg zurück an die Macht zu ebnen. Doch blicken wir mal in die Hauptstadt, die wohl im Falle eines Blackouts am besten geschützt und verteidigt werden würde. Und tatsächlich hat ein Sprecher des Berliner Senats bestätigt, dass die Stadtregierung einen flächendeckenden Blackout nicht mehr ausschließe. Die Berliner Zeitung schreibt dazu, Bericht 70% der Berliner Haushalte könnte der Strom abgestellt werden. Die Berliner Behörden bereiten sich darauf vor, dass es im Winter zu einem Strom- und Gasausfall kommt. Mehrere Szenarien werden erörtert. Doch wie wir sehen, bezieht sich auch diese Warnung auf einen kontrollierten Lastenabwurf bei abfallender Netzfrequenz. Das Szenario Cyberangriff, Sonnensturm etc. würde den Medien gar nicht näher erläutert und von der Politik weitestgehend außer Acht gelassen. Hinter verschlossenen Türen kann die Lage natürlich vollkommen anders aussehen. So hat die Welt tatsächlich über bisher unbekannte Quellen das sogenannte Geheimpapier-Blackout der Berliner Polizei in die Hände bekommen. Demnach bereiten sich insgesamt 30 Behörden in der Hauptstadt, darunter die Polizei und Feuerwehr, auf einen größeren Stromausfall vor. Dabei werden konkrete Einsatzpläne zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Niederschlagung möglicher Unruhen ausgearbeitet. Laut Polizeipräsidentin Barbara Slovik bereiten sich die Berliner Behörden bereits seit dem Sommer intensiv auf dieses Szenario vor. Und Berlin ist nicht allein. So bereitet sich auch die Stadt Köln laut T-Online mit einem Geheimplan auf einen möglichen 72-Stunden-Blackout vor. Ebenso wie die Städte Duisburg und Bochum. Ich vermute, dass mittlerweile alle größeren deutschen Städte Blackout-Notfallpläne ausgearbeitet haben. Denn selbst der Deutsche Städte- und Gemeindebund, der die Interessen aller Städte und Gemeinden in Deutschland vertritt, warnt vor flächendeckenden Blackouts und fordert den Ausbau des zivilen Katastrophenschutzes. Bestimmte Landkreise wenden sich auch schon mit der Bitte, wichtige Vorräte anzulegen an ihre Bürger. Und auch die Versorger selbst schlagen Alarm. So warnt der Chef der Bochumer Stadtwerke, Dietmar Spohn, dass ein Blackout sicherlich mehrere Tage dauern werde. Der große deutsche Stromnetzbetreiber Amprion sieht zwar keine akute Blackout-Gefahr, hält regionale Stromausfälle allerdings für durchaus möglich. Derweil bereiten sich auch namhafte Unternehmen auf den Blackout in Deutschland vor. Die FAZ berichtet, Energiekrise. JP Morgan plant für möglichen Blackout auch in Deutschland. Einem Medienbericht zufolge hält die Investmentbank Notfallpläne auch für Stromausfälle in Deutschland vor. Im Ernstfall soll das Personal von Frankfurt nach London verlagert werden. Man bedenke, dass JP Morgan Teil des Zentralbankkartells ist und über gewisse Informationen verfügen dürfte, die anderen Unternehmen nicht vorliegen. Dennoch sind sie nicht die einzigen. Die Wirtschaftswoche schreibt, so sorgen Deutschlands Unternehmen für den Blackout vor. Ein Blackout im Winter gilt zwar als unwahrscheinlich, aber nicht undenkbar. Darum rüsten Unternehmen jetzt ihre Notstromversorgung auf, insbesondere in den Rechenzentren. Wenn nun also ein Blackout kommt, bleibt die Frage offen, wie viel Zeit uns noch zur Vorbereitung bleibt, bis die Lichter ausgehen. Der CDU-Chef Friedrich Merz gehört dabei zu den wenigen Politikern, die bereits konkrete Zeitangaben gemacht haben. So warnte er, dass uns Anfang des Jahres 2023 ein Blackout drohe, wobei er sich auf das Szenario eines Gaslieferstops und die folgende Überlastung des Stromnetzes bezieht. Sie versuchen stets beim plausiblen Blackout im Herbst oder Winter zu bleiben. Ein plötzlicher, flächendeckender Blackout durch ein Schockereignis, so wie er bei Cyber Polygon erprobt wurde, wird selten bis gar nicht erwähnt. Wäre es möglich, dass solch ein Ereignis schon lange vor dem Einbruch des Winters stattfinden könnte? Nun, in diesem Zusammenhang macht die folgende Aussage von Friedrich Merz im Bundestag derzeit die Runde. Dieser 24. September 2022 wird uns allen als ein Tag im Gedächtnis bleiben, von dem wir später einmal sagen werden, ich weiß noch genau, wo ich war. Der 24. September 2022. Das wäre der kommende Samstag. Allerdings braucht man den Kontext zu Merz' Aussage. Diese stammt aus einer Rede vom 27. Februar 2022, drei Tage nach dem Beginn des Ukraine-Krieges, auf den sich Merz auch offiziell bezogen haben soll. Dabei versprach er sich und sagte 24. September statt 24. Februar. Oder war das Ganze möglicherweise ein freudscher Versprecher? Immerhin ist die Aussage auch vollkommen überzogen. Ich bezweifle, dass sich die Mehrheit der Bevölkerung noch daran erinnern kann, was sie am 24. Februar gemacht haben. War der Beginn des Ukraine-Krieges wirklich mit einem Event wie dem 11. September vergleichbar? Oder bezieht sich Merz tatsächlich auf ein noch kommendes Ereignis? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie den 24. September als Datum auswählen werden, da dies viel zu offensichtlich wäre. Merz' Aussagen wurden hunderttausendfach geteilt und verbreitet. Keine gute Ausgangslage, um die Bevölkerung später noch zu überzeugen, dass all das nur Zufall war. Andererseits werden solche Ereignisse oftmals vorher recht offensichtlich angekündigt. Als ich zum Datum 24. September 2022 recherchiert habe, bin ich noch auf etwas anderes Interessantes gestoßen. Und zwar feiern die Juden am kommenden Wochenende ihr Neujahrsfest Rosh Hashanah, wobei dieses Jahr von besonderer Bedeutung ist. Denn am 26. September endet das sogenannte Sabbatjahr. In der jüdischen Tradition ist ein Siebenjahreszyklus fest verankert. Ähnlich wie bei den Wochentagen dürfen Juden sechs Jahre lang jegliche wirtschaftliche Tätigkeit ausführen. Im siebten Jahr, dem Sabbatjahr, ist ihnen allerdings sämtliche landwirtschaftliche Aktivität untersagt. Bauern dürfen ihre Felder nicht bestellen und die Erde muss in ganz Israel ruhen. Das Sabbatjahr war daher historisch immer ein Jahr der wirtschaftlichen Probleme, Rezessionen und Krisen, bevor sich dann in den folgenden sechs Jahren wieder alles erholen kann. Hier sehen wir eine Auflistung der letzten Sabbatjahre, die auch Schmieterjahre genannt werden. Das letzte war von 2014 bis 2015, dem Jahr, in dem der islamische Staat weite Teile des Iraks und Syriens unter seine Kontrolle brachte und Russland sowie der Westen in den Krieg einstiegen. In diesem Jahr brachen auch die Aktienmärkte leicht ein. Das Sabbatjahr davor war 2007-2008 das Jahr der großen Weltwirtschaftskrise. Wiederum sieben Jahre zuvor platzte die Dotcom-Blase im Sabbatjahr und zwei Flugzeuge krachten ins World Trade Center. Und sieben Jahre davor, Anfang der 90er, stürzte der Westen in eine kleine Rezession und in Europa brach der blutige Balkankrieg vom Zaun. Was ist dann für das Sabbatjahr 2022 angedacht? Vielleicht ein großer Blackout in Deutschland? Natürlich können all das nur Zufälle sein, doch der Vollständigkeit halber wollte ich auch das in diesem Bericht anführen. Was glaubt ihr? Erwartet uns in diesem Jahr womöglich am kommenden Wochenende noch ein größerer Blackout? Ich werde dazu auf meinem Telegram-Kanal Live Media in Kürze eine Umfrage starten. Falls tatsächlich etwas für das kommende Wochenende geplant ist, macht es sicherlich Sinn, Berichte wie diesen hier zu teilen und so weit wie möglich zu verbreiten. Umso mehr Menschen damit rechnen, desto unwahrscheinlicher wird die tatsächliche Umsetzung des Szenarios. Ich behalte natürlich alles weiter im Blick und melde mich schon bald wieder mit dem nächsten Update. Ich bedanke mich von Herzen bei allen Unterstützern des Kanals, die meine unabhängige Arbeit als freier Journalist möglich machen. Ja, mich würde es freuen, wenn ihr auch zum nächsten Bericht wieder einschaltet. Bis dahin wünschen euch einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem wann ihr das Video schaut. Ciao.